Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge What the Film Are We Watching, Folge 41, erste Folge im Jahr 2023, Happy New Year. Frohes Neues euch allen. Genau, Matze ist natürlich auch wieder mit dabei und den Film haben wir tatsächlich schon im letzten Jahr gesehen. Es geht um den zweiten Avatar, Avatar The Way of Water. Der hat es nach, sage und schreibe, 13 Jahren nach dem ersten Teil dann auch mal ins Kino geschafft. Ich glaube, der war eigentlich für 2011 ursprünglich mal sogar schon vorannounced und wurde ewig verschoben. Zwischendurch war es mal 2017. Jetzt Ende 2022 hat er es endlich geschafft und es kommen ja auch noch ein paar mehr. Und hat es auch auf Platz 1 der erfolgreichsten Filme des letzten Jahres geschafft. Wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen. Er hat sage und schreibe zweieinhalb Wochen gebraucht, glaube ich, um auf Platz 1 zu stürmen. Ist jetzt bei 1,4 Milliarden. Ja, ich glaube, ich glaube, an den ersten wird er definitiv nicht rankommen, was aber glaube ich auch noch so ein bisschen an der Pandemie liegt und dass in vielen Ländern einfach das Kino noch nicht wieder so frequentiert ist. Wobei der letzte Film auch lange, also die haben ja ein, zwei Jahre nach Kinostart noch Kohle gemacht mit dem Film. Also, der lief, der lief wahnsinnig lang und der lief dann auch nochmal im Kino, um dann auch Spider-Man wieder zu überholen irgendwo oder nee, Endgame war es zu überholen. Den haben sie irgendwann nochmal ins Kino gehauen. Ja, ist ja auch egal. Wir wollen uns ja nicht über die Finanzen von James Cameron unterhalten. Nee, sondern erst mal über den Inhalt. Wir sind wieder zurück auf Pandora. Ein paar Jahre nachdem wir eigentlich den Planeten verlassen haben. Zehn Jahre, um genau zu. Zehn Jahre, danke schön. Jake und Neytiri haben in der Zeit eine Familie gegründet, haben ein paar Kinder und leben da auf Pandora. Aber die, ich wusste das gar nicht mehr, die Himmelsmenschen, also die Menschen, haben sich ja nach ihrer Niederlage wieder zurückgezogen und haben nur ein Kind tatsächlich zurückgelassen. Den, ich glaube, Spider heißt er. Ja. Weil der nicht in den Kyroschlaf versetzt werden konnte und ist somit so ein bisschen wie Mowgli oder Romulus und Remus. Er ist schon arger Tatsan-Verschnitt auch, ne? Ja, oder ja. Wächst dann dort eben bei der Navi-Familie auf und ist so ein bisschen der Zögling. Und so idyllisch bleibt es aber halt nicht. Die Menschen kehren wieder zurück und diesmal aber mit stärkeren, härteren Waffen und einem sehr viel krasseren Plan, nämlich nicht nur Abbau von Rohstoffen, sondern wirklich Ziel-Terror-Forming von Pandora, um es zu besiedeln. Und das ist eigentlich die Story, um die es geht im zweiten Teil. Genau, die Bösewichte kommen zurück, aber zwar in Avatar-Form, also in Navi-Form und wollen Jake Sully als Anführer der Rebellion auf Pandora umbringen. Das heißt, man etabliert natürlich direkt wieder eine persönliche Rache-Story gepaart mit böse Menschen machen schön die Natur kaputt. Das Ganze hat so lange gedauert in der Produktion oder wurde so oft verschoben, weil sie zum einen, hat sich glaube ich rumgesprochen inzwischen, das Unterwasser-Motion-Capturing perfektionieren mussten und auch weil sie, es werden ja insgesamt noch vier Teile oder eigentlich noch drei Teile, also es werden fünf Teile insgesamt produziert werden. Sie haben die Drehbücher der vier Teile alle zuerst ausgeschrieben, bevor überhaupt angefangen wurde zu drehen. Die nächsten drei Filme sind meines Wissens auch schon alle abgedreht. Zum Teil. Ich glaube, dass sie die ganzen Wassersachen alle auf einmal gedreht haben. Also diese Sequenzen sind auf jeden Fall schon für die nächsten Filme. Ja, ich habe eine ganz witzige Anekdote gelesen von, jetzt habe ich aber den Namen der Schauspielerin vergessen, die ihren Part schon 2017 oder 2018 abgedreht hatte für Avatar 2 und zwischendurch dachte, dass Avatar schon im Kino gelaufen sei, aber halt gefloppt. Und dann zwischendurch wurde ihr die Frage gestellt, ob sie sich dann freut auf den Kino-Start hat und sie dann so ein peinliches Fauxpas hatte gegenüber der Crew. Ja, okay. Aber das kann natürlich passieren. Kann man während der Pandemie mal vergessen, dass man deswegen vielleicht nicht auf Kino geht. Der Film ist, glaube ich, in so vielen Versionen wie noch nie ein Kinofilm ins Kino gekommen. 2D, 3D, IMAX, HFR-Versionen, Englisch, Deutsch, was auch immer. Ich glaube, wenn man, was ich gelesen habe, wenn man alle Versionen zumindest in Deutschland zusammenzählt, die irgendwie anguckbar sind, dann sind das die meisten, die ein Filmstart jemals hatte. Wir haben hier angeschaut in 3D, HFR, sprich mit doppelter Bildrate. Das aber auch nicht durchgehend, sondern nur für bestimmte Sequenzen. Und selbst innerhalb mancher Sequenzen wurde gewechselt zwischen normaler 24 Frames pro Sekunde Framerate und doppelter Bildfolge. Und wir haben ihn auf Deutsch gesehen. Und wir haben ihn auf Deutsch gesehen. Ich glaube, das ist der erste Film, den wir hier besprechen für den Podcast, den wir auf Deutsch gesehen haben. Ja, ich glaube auch. Wie fandest du das Dubbing? Naja, in dem Fall stört es sehr, sehr viel weniger. Also mich hat es eigentlich gar nicht gestört in dem Film, weil der Film ja eine künstliche Welt ist. Also wir sehen da gefühlt drei Menschen in dem Film und der Rest ist halt animiert. Ja, es fällt dadurch nicht so sehr auf. Wie bei klassischen Pixar-Animationsfilmen, wo die Synchro dann auch nicht so negativ auffällt in den meisten Fällen. Ja, ich glaube, hauptsächlich bei Zoe Sardanas Charakter ist es mir, glaube ich, aufgefallen, weil ich aber ihre Stimme einfach kenne. Ja, und auch, weil sie als Einzige so einen Akzent hatte. Sie hat ja so einen, die Menschensprache, also Englisch oder in Deutsch in dem Fall gesprochen, aber mit so einem Ureinwohner-Akzent, wo ich mir dachte, weil kein anderer hat das so gesprochen, also auch nicht das neue Volk, das Wasservolk, auf das sie getroffen sind, hatte einen Akzent, aber sie hatte einen. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Ja, das fand ich tatsächlich ein bisschen befremdlich. Das weiß ich gar nicht, wie es im Englischen ist. Und wahrscheinlich ist es da einfach ein bisschen besser gespielt. Egal. Bevor wir auf die Story eingehen, ich glaube, der große Elefant im Raum ist die Motion-Capture-Technik und die Animationstechnik, die, ja, das ganze Game auf ein anderes Level bringt. Ja, definitiv. Also, nicht nur eins, ich glaube, zwei, drei, vier Level höher, würde ich fast schon sagen. Also, das ist, es hat gelohnt, finde ich, so lange darauf zu warten. Also, es ist ja nicht nur, wie du gesagt hast, das Ganze, was sie an Pre-Production, in Story und sonst was reingeflossen ist, sondern auch einfach die Technik weiterzuentwickeln und zu perfektionieren, um im und am Wasser diese Motion-Capture-Technik zu verwenden. Und, also, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand es ziemlich gut. Ja, ich war auch sehr überrascht. Ich habe nicht viel erwartet und vor allem war ich überrascht von der immersiven Qualität der 3D-Technik. Und ich glaube, da muss man auch ein bisschen Glück haben, das richtige Screening zu erwischen, das richtige Kino zu erwischen mit der richtigen Leinwand-Technik, Projektor und so weiter, weil ich jetzt schon viel Verschiedenes gehört habe, sowohl jetzt im privaten Bereich als auch bei Kritikern. Da waren Leute dabei, die ins IMAX-Kino gegangen sind und alles war viel zu nah und alles war zu groß und man wollte nur weg und andere, genau das Gegenteil, die sich abgestoßen gefühlt haben, dass alles so flach war und man eigentlich näher ran wollte. Und ich weiß nicht, ob es einfach, ob wir gute Plätze hatten, einen guten Tag, der Projektor einen guten Tag hatte. Wir saßen für einen 3D-Film tatsächlich ziemlich gut in dem Kino. Ich habe in dem Kino ja viele Jahre gearbeitet, in dem wir waren und konnte die Platzauswahl perfektionieren. Und ich glaube nicht, dass die seitdem was gemacht haben, aber ich kann mir schon vorstellen, dass andere Kinos, wenn die nicht den neuesten Stand eines Projektes haben, ich meine, es liefen ewig keine 3D-Filme mehr. Wenn da irgendwas nicht richtig eingestellt ist, auf einer großen IMAX-Leinwand, habe ich auch schon mal irgendwann einen 3D-Film gesehen. Ich glaube, in Nürnberg war das, wo ich mir einfach nur dachte, irgendwas passt davon in Einstellungen nicht. Das war einfach zu krass und weit auseinander. Ja, oder es ist auch die Bildschirmgröße und ich glaube, man muss da ein bisschen Glück haben. Und es ist aber auch Geschmackssache natürlich, wie das eigene Auge und das eigene Gehirn darauf. Es gibt ja auch Leute, die können es gar nicht sehen, witzigerweise. Das tut mir leid. Aber der Film lohnt sich definitiv in 3D zu schauen, muss ich an der Stelle direkt sagen, weil James Cameron, weil der Film erstens in 3D gedreht ist und seitens James Cameron weiß, wie er ein Bild aufbauen muss und von der Komposition her gestalten muss, dass das auch 3D wirkt und nicht wie sonst was. Ja, oder irgendwelche Dinge, die einem ins Gesicht springen die ganze Zeit. Ja, das braucht man dann doch nicht. Ja, das stimmt. Was mich eher beeindruckt hat, ist jetzt gar nicht mal die 3D-Technik, außer dass man, also wirklich, der Film geht 3 Stunden, 17, ich glaube, ich habe die Brille ein-, zweimal abgenommen, weil man irgendwann doch merkt, dass man eine Brille auf hat, wenn man kein Brillenträger ist. Aber was mich viel mehr beeindruckt hat, ist die Haptik und das organische Feeling. Also man ist zwischendurch wirklich, man fühlt sich ein bisschen wie, und das ist jetzt direkt schon ein guter, aber auch ein negativer Punkt eigentlich, man fühlt sich ein bisschen wie in so einem VR-Spiel. Ja, ich weiß, was du meinst. Dadurch, dass eben alles animiert ist, auf eine sehr, sehr realistische und gute Art und Weise, man hat nie das Gefühl, da stehen Leute vor einem Greenscreen, finde ich, was in Zeiten von Marvel echt gut tut. Und gerade, wir haben ja direkt am Kino schon drüber gesprochen, wenn man Wakanda Forever gesehen hat, was ja auch Unterwasser Erfolg hatte, dann kannst du den Film eigentlich so ein bisschen in die Tonne kloppen, nachdem man das Avatar gesehen hat. Es war schon sehr immersiv und man hatte das Gefühl, wirklich auf Pandora zu sein zwischendurch. Also das muss ich schon zugeben einfach, das hat immer mal wieder in den drei Stunden doch sehr beeindruckt, was sie da auf die Beine gestellt haben. Ja, und das liegt tatsächlich daran, dass sie ja nicht, also das ist ja nicht alles CGI und Motion Capture Technik, sondern es gibt ja auch immer wieder Sachen und auch zum Beispiel das Wasser, das zum Teil einfach echt ist, weil sie einfach wirklich unter Wasser, am Wasser, im Wasser gedreht haben mit den krassesten Techniken. Ich meine, alleine der Weltrekord von Sigourney Weaver mit über sieben Minuten. Kate Winslet. Kate Winslet, Entschuldigung. Kate Winslet hat Tom Cruise Weltrekord gebrochen. Ja, da habe ich mir das falsch notiert. Das war Kate Winslet, über sieben Minuten. Alter, das ist einfach Luft anhalten und unter Wasser drehen. Und das haben ja alle trainiert und unter Wasser gedreht. Einfach, dass es auch dieses, und dadurch fühlen sich auch diese Bewegungen von denen so natürlich an unter Wasser und eben nicht animiert, weil du es nicht eins zu eins immer noch nicht, finde ich, rekreieren kannst. Von daher auch da, also bildtechnisch war das krass, wieder in diese Welt einzutauchen und auf der Leinwand zu sehen. Und das war nicht ohne. Jetzt sind knapp drei Wochen, glaube ich, vergangen, seitdem wir den Film gesehen haben. Was bleibt dir hängen? Würdest du noch mal reingehen? Wenn man jetzt ein bisschen Abstand hat von diesem Kino-Bild-Erlebnis. Was bleibt übrig von Avatar 2? Nee, ich würde nicht noch mal reingehen. Also, ich würde mir, glaube ich, lieber den ersten noch mal angucken im Kino, weil ich ihn nie im Kino gesehen habe. Muss ich gestehen. Ich habe den irgendwann mal in der Schule auch auf einer größeren Leinwand gesehen, aber nie im Kino tatsächlich. Und diesen, ich hatte trotzdem diesen Aha-Effekt und diesen Wow-Effekt, den viele hatten, als sie zum ersten Mal so einen krassen 3D-Film gesehen haben. Und es ist nicht so intensiv gewesen, das Erlebnis, glaube ich. Aber einfach, weil man es kennt, weil man anderes gewohnt ist. Und was mich vor allem, glaube ich, ein bisschen davon abhält, ist dann doch die Story, was in diesen 3 Stunden 15 im Kino passiert. Ja, es dauert nämlich über eine Stunde, bis wir da ankommen, wo der Film seines Titels nach auch ankommen will, nämlich am Wasser. Wir verbringen eine gute Zeit damit, dass Jake und seine Familie erstmal angegriffen werden, flüchten müssen. Der ganze Stamm ist in Gefahr und deswegen beschließen sie abzuhauen, um die Gefahr von dem Stamm abzuwenden. kommen dann erstmal an, bei diesem neuen Volk. Dann hat man so ein ganz großes Déjà-vu von sich einem neuen Volk anpassen. Das, was Jake vorher als Mensch und als Avatar quasi gemacht hat, müssen sie jetzt als Familie da machen. Sie werden als Außenseiter ein bisschen belächelt, sie sehen anders aus. Sie müssen anstatt jetzt Flugdrachen Wasserdrachen reiten lernen. Und man hat da so ein ganzes, ja, um in dem Videospielbereich zu bleiben. So ein ganzes Tutorial eigentlich, wie schwimme ich unter Wasser, wie kämpfe ich unter Wasser und so weiter. Und was muss ich beachten, damit ich hier überlebe, Sprache, was weiß ich. Ja, so fühlt sich der Film dann doch zwischendurch sehr dokumentarisch an. Ja, das habe ich auch irgendwo, hat das jemand gesagt, wenn du eigentlich so die Story rauslässt, dann könnte das einfach nur eine geile Doku über Pandora sein. Einfach ein fiktiver. Ja, so ein bisschen wie so eine BBC-Earth-Pandora-Version-Doku. Das stimmt, ja. Und das gepaart einfach mit einer, also ich finde allgemein, sie reißen ja schon irgendwo Themen an, die, finde ich, interessant sein könnten. Und klar, dieser, ich glaube, Schutz der Natur und unserer Umwelt ist immer noch, wie auch beim ersten Teil, das vorherrschende Thema. Es geht so ein bisschen Walfang, Thematik kann man reininterpretieren. Und überhaupt dieses, dass der Kreislauf des Wassers, ist ja eigentlich auch ein bisschen die Message am Ende, unser ganzes Leben bestimmt. Und das, glaube ich, soll auch durchkommen. Das ist ja schon irgendwo schön, aber es ist, weiß ich nicht. Ja, es ist halt wieder dieses, also es greift ja das von Teil 1 wieder auf, die Verbundenheit zur Natur und eine Rückbesinnung und das, was den Film ja so schön und nahbar machen soll, dass man, wir alle wünschen uns eigentlich, weg von Technik und wieder mehr eins zu sein mit uns selbst, mit unseren Mitmenschen und dieses, ja, und dass er dieses Spirituelle, was Teil 1 hatte, kommt in Teil 2 natürlich wieder vor. Nur finde ich, dass diese, also wenn es dann eine Umwelt-Message ist, save the planet, save the climate, Message ist es halt dann doch nicht wirklich, weil was sehen wir in diesen beiden Filmen, wir sehen große dampfende Maschinen, die alles niederbrennen, aber am Ende ist es dann doch eigentlich ein Familiendramafilm mit einer persönlichen Rache-Story und sehr fragwürdiger Familien- und der Vater-muss-die-Familie-beschützen-Ideologie. Ja, das wollte ich an der Stelle fragen. Wie fandest du diese Familiendynamik? Also, es war wahnsinnig redundant, wie oft Jake Sully diesen Satz sagt, dass er die Familie beschützen muss und dass er die Entscheidungen trifft und deswegen müssen sie gehen und eigentlich will keiner gehen, aber der Vater ist der starke Mann und dann haben wir den Sohn als Rebell, der bestimmt zehnmal in diesem Film in die gleiche Situation gerät. Der Vater sagt ihm was, was er nicht machen darf und er macht es dann natürlich, wo man schon während des Films irgendwie die Augen verdreht, weil, ja okay, geh halt raus zu deinem Wahl. Ja, ich habe auch die, finde, das Verhältnis von Jake und Neytiri aus dem ersten Film ganz anders und ausgeglichener in Erinnerung, weil er auch ja seine Frau mehr oder weniger, also ganz anders behandelt und ich bin der Mann und du musst daheim bleiben und auf mehr oder weniger, also so ganz alte, klischeehafte Rollenbilder auf einmal wieder, die selbst 2009 als der erste Film rauskam, nicht mehr up to date gewesen. Ich finde es halt seltsam, dass wir so eine Fantasiewelt aufmachen, Pandora, anderer Planet und diese wunderschöne Welten da aufbauen, nur um so ein klassisches militäres Familienverhältnis zu etablieren in diesen Stämmen. Also auch die anderen Stämme sind ja, der Neustamm, auf den sie treffen, da funktioniert das ja irgendwie genauso. Die haben ja auch diese Eltern-Kinder-Verhältnisse und Problematiken irgendwie, wo man sich zwischendurch fast schon irgendwie bei RTL und irgendwie die Supernanny so... Ja, es ist so ein anderer Planet, aber eigentlich funktioniert alles gleich und da kommen wir zu noch einem Punkt und da habe ich tatsächlich eine Freundin gefragt, die ihn auf Englisch gesehen hat, ob das im Englischen genauso war, die Kinder untereinander, zumindest die Jungs, nennen sich gegenseitig Bro. Ja. Und das hat mich jedes Mal so rausgehauen aus dem Film. Aber im Englischen auch, oder? Und das machen sie im Englischen auch, dass sie sich Bro nennen und es ist so, ihr seid auf einem Planeten, ewig weit weg von unserer Zivilisation, in irgendeiner Welt, die ausgedacht wurde, warum zur Hölle habt ihr diese... Naja, vielleicht hat Jack Sully ihm das beigebracht. Ja, aber warum diese Jugendsprache? Also mein Vater würde jetzt nicht Bro zu mir sagen. Und die waren ja auch ein paar Jahre auf der Reise dahin, auf dem Planeten, deswegen irgendwo, weiß ich nicht, das fand ich irgendwie sehr komisch und der Film fühlte, ich will nicht sagen Disneyfiziert an, weil der ist schon viel, viel früher entstanden, als dass der bei Disney gelandet ist, weil jetzt ist er ja wirklich unter Disney veröffentlicht worden. Aber er ist schon irgendwie nochmal, hat man versucht und der soll ja ein sehr, sehr breites Publikum ansprechen, glaube ich. Und deswegen ist es eine sehr einfache, flache Story, was ja der erste auch schon war, was glaube ich immer noch der Grund war, wo man so krass erfolgreich war, weil einfacher kannst so eine Story nicht stricken. Und irgendwie hat man, also es fühlt sich so an, als hätte man versucht so noch, ja und die Zielgruppe wollen wir noch mit abholen und dann lassen wir die noch so reden, so ungefähr. Und das war... Ja, der ganze Film ist einfach, da steckt nichts Inspirierendes, Neues drin. Das sind ganz, ganz, ganz basic Themen, die uns Menschen mit unseren Urinstinkten ansprechen soll, Zusammenhalt und Liebe und Gut gegen Böse. Ich weiß, dass James Cameron da auch so ein bisschen seine eigene Familienproblematik mit einflechtet, weil er wohl auch ein sehr strenger Vater ist und ich glaube irgendwann mal seine Kinder so einen Familienrat einberufen haben und ihm das vorgeworfen haben, dass er die Familie wie so ein Militärofficer eigentlich erzieht und führt und behandelt. Und dass das quasi so, also Jack Sully ist ja eben auch so ein... Also die Kinder müssen ja auch vor ihm salutieren irgendwie oder Sir zu ihm sagen. Also er führt ja auch seine Familie so ein bisschen, wenn die auf diesen militärischen Einsätzen zu sagen sind, als Rebellen, dann funktionieren die Kinder ein bisschen wie Soldaten und müssen ihm aufs Wort gehorchen. Und am Ende des Films, sein älterer Sohn stirbt ja zuerst und er macht sich ein bisschen dafür verantwortlich und sein jüngerer Sohn hat dann den Durchbruch sozusagen und am Ende sagt er zu ihm, I see you, er hat jetzt verstanden, wer er ist und warum er so rebellisch ist und dass er ja eigentlich ein toller Charakter ist und dass er als Vater das ja auch falsch gemacht hat. Also Jack Sully machte so eine kleine Entwicklung durch und das ist vielleicht was Persönliches von James Cameron, was da drin ist. Aber ich meine, who cares? Weißt du? Ja, auf der anderen Seite ist es ja auch so und vielleicht, ich meine, es kommen ja noch weitere Teile und ich finde, dass der zweite Teil sich jetzt schon so wie ein eigentlich erster Teil angefühlt hat, zumindest storymäßig, dass sind viele neue Story-Arcs begonnen worden und so als wäre der Aufbruch nach Pandora der erste Film eigentlich ein Prolog gewesen, um diese Welt und diesen Planeten nur einzuführen und das hatte ich tatsächlich rückblickend so ein bisschen und jetzt geht halt die eigentliche Geschichte los über die nächsten vier Teile. Ja, aber seien wir ehrlich, eigentlich ist die zwei, also es wiederholt sich ja nur in Teil zwei, was in Teil eins passiert haben. Also der gleiche Bösewicht kommt zurück, es findet der gleiche Endkampf nochmal statt mit dem Ergebnis, dass beide überleben. Dann haben wir diese ganz seltsame Vater-Sohn-Beziehung zu Spider, die ich auch überhaupt nicht kapiert habe, gut, ich drifte kurz ab, aber ich wollte eigentlich nur den Bogen fertig machen, dass der Film eigentlich am Ende dieser drei Stunden genau da steht, wo er bei Teil eins auch schon gestanden hat. Ja, es hat sich definitiv... Die Menschen wurden erfolgreich bekämpft, sie werden diesmal nicht abrücken, das ist klar, weil sie jetzt schon ihre Stadt dahin gebaut haben und alles, aber es fühlt sich einfach, also wir haben das gleiche nur im Wasser gemacht. Ja, also den Sinn dahinter verstehe ich auch nicht, definitiv nicht. Klar, da kommen noch drei Filme hinten dran und angeblich soll einer der Filme, wir werden jetzt natürlich auch die verschiedenen Klimazonen von Pandora abdecken, Feuer, Wasser, Eis und so weiter, dass auch irgendwann, ich glaube, das Feuervolk auf Pandora wird dann in Teil drei oder vier ein böses Volk sein, wo sich dann die Navi gegenseitig bekämpfen, damit es nicht immer nur gute Naturvolk gegen böse Menschen ist. Civil War. Groundbreaking. Ja, tatsächlich habe ich auch, also der dritte Teil soll dieses Volk tatsächlich etablieren und macht ja auch irgendwie Sinn, es sind ja nicht nur die beiden Völker der Navi betroffen von dem Ganzen, aber ja, also man hätte, also entweder kannst du den Prolog weglassen so ungefähr und fängst direkt mit dem an oder du knüpfst halt direkt an den ersten Avatar an. Ja. Und das hätte ja auch, glaube ich, funktioniert, aber mei. Ja, also ich muss echt rückblickend sagen, dass die einzige Figur, die mich wirklich irgendwie interessiert hat, ist die Figur von Kiri, gespielt von, witzigerweise, Sigourney Weaver. Eine über 70-Jährige spielt eine Teenagerin per Motion Capturing. Das zeigt einfach die, und das finde ich mega geil, die zukünftigen Möglichkeiten einfach in Hollywood, muss ich sagen. Also das sind, oder ob das Film angeht. Ja, aber andererseits fühlt sich auch seltsam an, weil ich finde, wenn man, also in dem Wissen, dass man sich eine Teenagerin anguckt, die in einer Identitätskrise auch ist, und das fand ich jetzt interessanter an ihrem Charakter oder an ihrer Figur, sie ist anders, sie fühlt sich anders, irgendwie alles funktioniert anders, sie kann unter Wasser einfach tauchen, ohne wieder, ohne Luft holen zu müssen, hat eine krasse Connection mit der Natur und so, also irgendwas ist ganz anders mit ihr und sie wird dafür auch ausgelacht so, und das hatte für mich noch so einen emotionalen Kern und eine Connection irgendwie, aber irgendwie zu wissen, dass eine über 70-Jährige diesen Figur gerade spielt, trennt, also da ist für mich so eine emotionale Barriere zu der Figur, die eigentlich nicht da sein müsste, weil ich das, also ich finde es technisch beeindruckend, wenn man das nicht weiß, dann ist es einem auch egal, aber andererseits. Ja, da komme ich tatsächlich her, ich wusste nicht, dass sie überhaupt mitspielt, ich habe das erst im Nachhinein gesehen. Ja, und irgendwie, also so toll dieses ganze Motion Capturing ist und alte Leute können Junge und umgekehrt spielen, dann nimmt es ja doch diesen Kern des Schauspielens, es geht darüber hinaus, es überspannt den Bogen tatsächlich irgendwie ein bisschen. Ja, also ich finde die Möglichkeit halt wahnsinnig interessant, was du für Möglichkeiten damit hast, ich glaube nicht, dass das für alles verwendet werden sollte, weil einfach die Echtheit fehlt und du aktuell auch einfach noch merkst, dass du, also ich meine, du kannst ja mit der Motion Capture Technik auch andere Menschen in der Theorie replizieren, aber ich glaube immer noch, dass du merken wirst, ob es Motion Capture Technik ist oder nicht. Und ich finde aber trotzdem an sich die Möglichkeiten damit einfach interessant, weil du so einfach andere Wesen auf eine ganz andere Art und Weise darstellen kannst und du hast auch andere Möglichkeiten einfach für schauspielende Personen. Das ist, glaube ich, eher so mein, also die Möglichkeiten dahinter hören sich, finde ich vielversprechend und gut an. Ja, das ist technisch herausragend, das ist keine Frage. Es ist jetzt auch eher so ein kleines Nebendetail. Ich finde einfach nur, dass die restlichen Figuren und Konstellationen nicht gut für mich funktioniert haben. Die Vater-Sohn-Beziehungen mit Spider, habe ich schon erwähnt, fand ich ganz, ganz seltsam. Also er wird entführt, aber irgendwie hat er auch nichts dagegen, dass er entführt wird und er hopst mit denen zwei Stunden lang rum. Einmal, einmal findet er es zu viel und will dazwischen gehen, wird dann aber einfach wieder zurückgeschickt und okay. Und dann am Ende rettet er seinen Vater, der aber gerade versucht hat, seine Adoptivfamilie umzubringen. Und am Ende akzeptiert er ihn auch noch als Sohn, was vorher, wo er vorher eigentlich alles, also verneint hat, wo ich mir denke, soll ich jetzt Mitleid, also soll ich jetzt was fühlen für dich, obwohl du der größte Depp des Films warst? Also ich verstehe das überhaupt nicht. Ja, der Film lässt extrem viel offen zum Ende irgendwie noch und wirft extrem viele Fragen auf. Du merkst einfach, das ist auf mehrere Filme angelegt. Ja, aber es ist alles so, das fühlt sich an, wie in fünf Minuten am Reißbrett entwickelt. Weißt du, und dann höre ich Interviews mit James Cameron, wo sie sagen, sie haben zwei Jahre an den vier Filmen geschrieben und es war super wichtig, dass die Drehbücher alle fertig waren, bevor sie auch nur eine Minute drehen, womit habt ihr denn die Zeit verbracht? Das ist ja, naja. Weiß ich nicht. Vielleicht saßen die neben dem Writer's Room von der Lord of the Rings Serie gleich einen Kaffee getrunken. Habt ihr noch eine Idee übrig? Wir bräuchten noch was. Ja, und also insgesamt tut es mir echt leid oder weh, weil wir hier ein Stück weit die Zukunft des Kinos auch sehen. Und wenn wir das nicht mehr hinkriegen, was denn dann? Also wenn es James Cameron eben nicht hinkriegt? Also mir ist Teil drei wirklich egal. Mir ist egal, wie es weitergeht. Ja. Es gab ja nicht mal einen krassen Cliffhanger, außer dass alle überlebt haben, außer der ältere Sohn. Ja. Aber also, ich meine, der dritte Teil ist schon geschrieben, zum Teil abgedreht, vierter, fünfter auch. Was würdest du dir von einem dritten Teil wünschen? Also in der idealen Welt würde ich mir wünschen, dass der Film irgendwie alles auf den Kopf stellt, der nächste Teil. Also, aber das wird nicht passieren. Aber so ein Prozent von mir hofft, dass James Cameron uns alle verarscht mit diesem Film und dann im nächsten Teil einfach alle Konventionen und Standarddenkerei bricht und diese gut und böse Schablone irgendwie umkehrt oder so. Ja, die Möglichkeit besteht, mit einem dritten Navi-Volk, einem Feuervolk, das vielleicht zu machen. Aber vielleicht behält er sich das auch bei, genauso wie seine Papyrus-Schrift, die sie zumindest ja im Logo geändert haben. Ja. Aber die Untertitel waren immer noch die gleiche Font. Falls ihr nicht wisst, auf was ich anspiele, es gibt einen sehr, sehr schönen Saturday Night Live-Sketch. Mit Ryan Gosling. Genau. Über die Schriftart des Avatar-Logos. Ja, deswegen mein Fazit zu diesem Film ist einfach, also ich gebe zu, dass ich in diesen drei Stunden doch sehr fasziniert war. Es war immersiv und man hat sich irgendwie doch ganz gut unterhalten gefühlt. Aber sobald man die Brille absetzt und geht, also ich persönlich, habe den Film einfach komplett abgehakt danach. Das war nichts, was nachgehalten hat. Also gerade nach drei Stunden, der teuerste Film, teuerste Produktion aller Zeiten. Der Film muss zwei Milliarden einnehmen, damit er rentabel ist und es ist die Technik, der Technik im Moment, da muss ich doch nach Hause gehen und von Pandora träumen eine Woche lang. Und das ist einfach nicht eingetreten. Ja, so eine Woche von den Bildern habe ich jetzt nicht. Ich habe nicht geträumt, aber technikmäßig, bildmäßig hat er meine Erwartungen, glaube ich, sogar einen Ticken übertroffen. Aber ich bin auch einfach nicht mit großen Erwartungen rein, weil ich nicht viel Story erwartet habe. Ich finde, dass er mehr Story hatte, zumindest eine komplexere als der erste. Ja, weil mehr Figuren untereinander halt agieren. Heißt noch nicht, dass sie besser war. Aber allein diese Bilder und diese Immersivität des Films lohnen sich halt dann irgendwie trotzdem, das Ding in einem ordentlichen Kino in 3D anzuschauen irgendwie. Weil es halt einfach, also technikmäßig gerade das Nonplusultra ist und der Status quo. Ja, aber sonst, vieles fühlt sich einfach nach Spielerei an, trotz dieser gewollten Ernsthaftigkeit der Story und gewollten Emotionalität und Emotionalisierung der Charakter. Aber zwischendurch haut Cameron dann doch wieder irgendwelche Krabbenroboter ein, die dann auf Waljagd gehen. Also auch so eine paradoxe Szene, weil diese Wale intelligenter sind als Menschen, als die Navi. Und ja, wie heilige Wesen auf diesem Planeten sind und dann gejagt werden für ihre komische Substanz aus dem Hirn. Stimmt, das ist ja auch noch irgendwie dieser, das wird ja auch nur so am Rande erklärt, warum sie dann so dieser Substanz, das ist mir gerade jetzt wieder eingefallen, warum sie die überhaupt töten, die Wale. Ja, und das wird ja dann natürlich hergenommen als, guck mal, da kommen böse Menschen, die die Umwelt wieder kaputt machen. Aber andererseits hat James Cameron auch ein bisschen Spaß dabei, seine coolen Roboter auszupacken, die dann auf Walfangjagd gehen und Action-Szenen zu drehen. Das geht ja eine halbe Stunde lang, diese Waljagd. Wo ich mir denke, ja, aber James, du findest es ja schon ein bisschen geil auch, was du eigentlich kritisierst. Und so hat man, so empfindet, oder habe ich den Film öfter mal in diesem Aspekt empfunden. Also viel Kritik und er will irgendwie mit einer total globalen, menschlichen Message kommen. Aber irgendwie findet er es auch ziemlich geil, dass da gut aussehende blaue Aliens durch eine richtig gut animierte Welt laufen. Ja, ich muss sagen, ich glaube, es ist einer der wenigen Filme, wo ich auch von ihm keine Lust auf einen Directors Cut hätte, sondern eher auf einen Doku-Cutdown, dann würde ich ihn mir nochmal im Video anschauen. Ja. Hast du noch abschließende Worte, Gedanken, die du mit uns teilen möchtest? Nee. Ich habe alles gesagt, was ich zu diesem Film zu sagen habe. Sehr gut. Ich auch. Wenn ihr den Film gesehen habt, wie fandet ihr ihn? Ihr könnt sehr gerne eure Meinung und Gedanken mit uns austauschen. Wir haben nämlich sowas wie Social-Media-Kanäle. Da findet ihr uns auf Instagram oder Twitter mit dem Kürzel WTF-AWW-Podcast. Oder ihr könnt uns auch sehr, sehr oldschool eine Mail schreiben an arewewatchingatmail.de. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge. Vielen Dank, wir hören uns. Hä? Jetzt seid ihr schon fertig.